macht absolut gern wir können es noch mit mir spielen eine runde noch eine runde welch mir auch voll okay muss ich mal wieder zur abwechslung spielen nicht immer nur polos und sonst geht los geht's irgendwer hat sich nicht gemütet so wieder dieselbe sache hier und da ja ich habe mich erfahren dort oben in den spitzen alles nämlich was um ein reaktor habe ich fast alles kabel verbinden wenn wir das nicht dann machen so Oh man. Verdammt. Ach. Ich hasse dieses Spielspiel. Und jetzt bin ich auch noch tot. Und sofort Report. Als ob. Als ob. Was? Zwei Kills schon. Anscheinend mich. In blauer Hals war es Self Report. Nein, da nur einen. Ja, wollte ich sagen. Aber das ist so schnell. Ach du Scheiße. Also wen hast du gefunden und wo? Was war denn das gerade? Wer hat mich jetzt. Wer hat mich jetzt. Ich habe mich vergessen zu Entmuten M. Die Leiche war bei Mad Bay. Ich war mit Mervyn mit unterwegs. Relativ lange. Also ich kann ihn saven. Ich glaube Flips hat mich gegründet. Er hätte den Geld nicht machen können. Also ich habe sehr lange. Das war ja sofort. Der war tot und dann sofort ein Report. Der hat auf Dauer auf da geblieben ist. Das ist wahrscheinlich relativ alt. Und wenn du Mervyn mit saven kannst, dann muss es eigentlich sehr happy sein. Er entlichtet man ja aus. Es muss ja Flips gewesen sein. Der Report war ja instant. Wie bitte? Der Report war ja noch früher als. Also wenn das der Imposter fragt, der Detective Ja sagt, wäre dumm. Nee, was lustig wäre, weil wenn wir Detective noch hier hätten und ihr mich jetzt gerade sowieso saßt, ich kann mich kaum proven, weil ich alleine unterwegs war, dann könnte man jetzt einfach versuchen mich hinzuholen. Also ich finde das Play ist eigentlich unnötig, weil wenn, also ich vertraue, dass Flips, oder Mervynab kannst du Flips auch proven. Also so ein Self-Reboard. Ja, okay, wenn ihr euch gegenseitig proven könnt. Im Mad Bay lag, lag über einen Punkt schon relativ lange. Das heißt, da muss die gleiche schon länger liegen. Und dann gehe ich davon aus, dass es Serpius ist oder so. Das muss Flips sein. Ich habe es auch nicht gesehen, dass es ging so schnell. Ich stand die ganze Zeit am Admin-Panel, wirklich die letzten 30 Sekunden oder noch länger. Dann kannst du, es könnte auch sein, dass, äh, Nee, warte, da müssen ja zwei Leichen dort liegen. Ja, Orange kann mich ja nicht gekillt haben. Das ist meinig, gesehen zu haben, dass mich Orange gekillt hat, aber wenn der in Mad Bay gestorben ist, kann das auch nicht sein. Schwierige Entscheidung. Ja. Flips, es muss Flips gewesen sein, das war so ein schnellere Port. Das haben wir nicht proven. Vielleicht wurde auch, das wäre ja noch verrückter. Ja, wenn ich gekillt wurde und gleich, aber Flips hat reportet. Er ist halt aber auch, ähm... Mich wie anders gekillt hat, dass er mich zum Beispiel mit einem Möp-April gekillt hat. Oder Serpius gekillt hat. Ja, okay, dann Flips gleichzeitig mit meinem Kill dort in Mad Bay gerückt. Also ich meine, eh... Also ich meine, eh... Äh, kann halt sein, dass mein Killer halt seht, aber... Ihr könnt auch skippen, also, oder? Ich weiß nicht. Ich hab dann mich rückbauchert. Ja, ich hab mit dem Wirkmal Serpius gewählt. Wow. Oh nein. Flips ist scheinbar gar nicht verdächtig. Ich hab's jetzt auch absolut nicht gesehen. Wer war'n das? Wer hat mich gekillt? Ey, ich weiß es grad wirklich nicht. Es ging so schnell. Wann mach ich mal hier meinen Tausend Skiss? Oh Mann. Na komm, eins noch. Puh. Ich dachte schon, ich würde fehlen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Da sehen wir hier mal das tote Twitch-Ding. Äh, da oben hab ich jetzt alle Tasks. So, Kamel verbindete Tasks. Oh. Ha, wusste ich's doch. Oh nein. Wer war jetzt im Poster? Wer war jetzt im Poster? Ich. Serpius war im Poster? Das war ja ganz komisch, mein Kill. Also, ich bin so... Also, da muss das ja wirklich so gewesen sein. Ich war oben in, ich, oben in, äh, sag ich schon, im Reaktor. Da wurde ich selber von Serpius gekillt. Und, da muss ja während, das, das war ja so schnell, also, das war ja noch während des Mordes, wurde, wurde reportet. Ich dachte, das wäre ein Self-Report vom, vom blauen Gibi hier, von, von Möp Möp. Das wären, das wären, das wären, ne, Flips war, war der blaue in der Runde. Und, das, das ist ja, das heißt, du, das heißt, ihr habt reportet, während er gekillt hat, oben. Das heißt, das heißt, Flips hat unten, äh, unten reportet und, äh, boah, das war's. Das war's nicht schnell. Das ist ja wirklich. Und jetzt bin ich Detective. Sehr schön. Ich mach wieder mein Task. Und weiter geht's. Jetzt hab ich noch eine Task. Egal, geh ich nachher nochmal. Muss eh nochmal. Hine. Ich hab noch eine Task. Kann man hier mal das Licht anmachen. Ich muss aufpassen, dass nicht gekillt werde, als Detective. Ich muss die erste Runde überleben. Drei, acht, neun, eins. Die drunter, ein Cafeteria hab ich jetzt hier. Hm. Äh, ja, also Leiche liegt im Launchpad und ich hab auf dem Admin-Table gesehen, dass da halt ne Leiche liegt und ich kann's nicht sein, weil ich, also gut, ich könnte es natürlich trotzdem sein und muss das einfach sagen, aber ich war die erste bei Leitz und hab gefixt. Aha. Ja, also... Also provst du dich selber. Ja, das Ding ist, ihr habt mich ja, oder irgendjemand hat mich beim Admin-Table gesehen und da war der Punkt schon im Launchpad. Stand jetzt gerade noch auf dem Admin-Table. Also, ich bin gerade in dem Moment unten im Cafeteria. Hm. 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 Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Es gibt es jetzt erst mal noch skippen, aber wollt ihr noch mal kurz alles sagen, wo ihr seid? Ich glaub, Merp, Merp, du hast mich gesehen, äh, du, ich hab dich gesehen, glaub ich, als du Richtung, ähm, Ding, äh, Lab gegangen bist, oder? Ja. Genau. Ja. Kein, nee. Hat jemand irgendwie die Leiche gesehen, hat irgendwas damit, hat irgendjemand einen Verdacht oder so? Ich glaub, er war einer der letzten, der dort nicht war. Also, Sessel war der letzte, der da irgendwie... Ja, nein, die Leiche war... Nee, ich bin als erstes losgelaufen. Gut, jetzt könnte ich mal den YOLO machen und hier einfach mal killen. Bin ich natürlich sass. Das machen wir nur, wenn ich alleine bin. Weil wenden kann ich nicht als Detektiv. So, ich hab' hier... Vielleicht hab' ich hier oben auch noch ein paar Tasks, die wir mitmachen können. Kommt noch jemand? Ach, alle sind hier oben. Zack. Hier wird nun für gewöhnlich gekillt. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alle aufeinander. Verdammt! Ich hätte mal den Kill-Button drücken, drücken sollen. Verdammt! Mörb, mörb. Einfach mal in der Runde. Ich hab' gerade was keinem Interesse gemacht. Verdammt! Ja, ich auch, aber ich hab' komplett verkackt. War fertig mit der Tasks. Ich wollte grad' drücken. Und sah nur, wie... Zwergiskerber tot umfällt. Ähm... Ich hab' Oh. Das ist... Also, ich hab' Times festgemacht und sehe einfach nur, wie... wie die Leiche umfällt und Serpi erstmal ein Stück weggeht und wieder hingeht und dann reportet. Ich hab' mich nicht mehr bewegt. Doch, hast du! Was ist... Und ich... Okay, warte. Wer hat... Wer hat das behauptet, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Mörb-Mörb ist. Weil, ähm... Ich wollte halt kurz eigentlich sagen, dass ich glaube, dass, ähm... Zwergisker versucht hat, Detective-Kills zu machen. Haben wir ja immer noch Detective-Kills. Ich hab' versucht, aber es ist mir nicht gelungen. Mörb-Mörb war's. Es kann vielleicht noch Detective-Kills... Nein, dann wird die Runde schon vor... Nein, oder? Das hatte ich vor, aber das war's nicht. Wir haben einen Imposter noch hier. Ja, ja, das ist mir klar. Aber... Also entweder bin ich es, oder Mörb-Mörb, weil Mörb-Mörb meinte... Also eigentlich kann... Können wir alle drei es sein. Ich verdächtige aber Mörb-Mörb, weil er halt nicht sicher ist. Weißt du, eigentlich müsste er doch auch Simons Herz gestanden haben. Naja, ich... keine Ahnung. Ist ja P... Ich glaube, mein Mörb-Mörb, weil... Er... Er war mir relativ safe, so. Ne, ist... Keine Ahnung, ich... Ich bin mir unsicher. Es war Mörb-Mörb, wow. Warte, hast du Mörb-Mörb gekillt, oder hast du Detektiv gekillt? Also das war ja ein lustiges. Wir standen hier direkt auf einem Haufen. Ich war ein Detektiv und ich wollte einfach mal YOLO machen und einfach mal in die Menge reinkillen. Ich war ein Detektiv und wollte den Detektiv-Kill machen. Mörb-Mörb war schneller als ich und hat sofort... Das war krass dadurch, dass er gesagt hat, dass er gesehen hat, wie ich mich bewege. Der war so... Der war so schnell. Mörb-Mörb war schneller als ich und hat sofort... Rats! Ich wollte... Also eine Sekunde später und ich hätte den Kill gemacht und... Mal sehen, wie ich... Also ich stand in der Menge, ich hätte irgendjemanden getroffen. Na toll, jetzt habe ich... Jetzt habe ich einen YouTube-Hut und einen Twitch... Einen Twitch-Pad. Sehr schön. Ich bin wieder Crew-Mate. Mit dem YouTube-Pad. Und Twitch. So passt's. Sieht lustig aus. Das YouTube-Symbol auf dem Kopf und das Twitch-Ding als... als Pad. Schon jemand tot. Ach du Schreck. Was waren das jetzt? Ja. This is the story. How about... How I found Lincho. I was going to the lights from the dropship... An Prince of BR. Ah nein, ich... Müsste irgendwo ein Medbay liegen. Ich bin halt vorbeigelaufen. Reportpartner schien. Ich wäre fast vorbeigelaufen. Bin dann nochmal ein bisschen zurück. Und dann habe ich reported. Ja, also er ist nach Medbay gelaufen. Das habe ich gesehen. Weil ich bin dann weitergelaufen. Ich bin jetzt im Cafeteria. Gibt's irgendeinen Sass? Ich bin jetzt im Cafeteria. Gibt's irgendeinen Sass? Gekillt. Okay. Mir hat mir was ist zugemacht. Äh, ich bin direkt losgegangen Richtung Cafeteria. Stehst du weiter unten oder weiter oben in Cafeteria? Weiter unten. Ja, okay, gut. Kann sein, weil ich stehe oben bei dem Automat. Imposter macht mal Pi. B. 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 Ich bin mir unsicher, aber... B. 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 eine von den fünf kommen also besonders stark sass ich das jetzt wer die ja märme und sehr viel auch noch also die sind ganz besonders das ja du sagst das aber den schon aber den schon aber den schon finde ich auch sehr fast das muss ich mal sagen ist es ja aber alle vier imposter haben geskiftet ich hab hier meine tasks sollte ich auch mal machen um das licht aus das a3 habe ich nicht richtig gemacht nur was b2 also die muss muss man einmal warten bis es runter fällt so ist dort erst mal kabel fixen ich leite sondern kabel so wimmelwitz zu spiel super und da ist der serp hat vor meinen augen gekillt leute na gut wenn du das wenn du das so meinst wenn du meinst ich habe das schild gemacht ich habe das schild gemacht auf einmal kilde da sehr viel wenn du das so sagst dann vertraue ich dir das was mit der anderen hälfte von serp das weiß ich nicht ich habe auch eine frage an dich warum bist du also bist du am anfang stück hochgelaufen mit zu leid und dann bist du wieder runtergelaufen ich ja wie soll ich meinst du jetzt meinst du das flippen oder rot ach so ich glaub du meinst mich ja weil am anfang der runde jetzt eben waren die lichter noch aus und da sind sehr viele leute hochgelaufen und auf einmal sehe ich nur so wie rot wieder zurückläuft kann sein dass er vielleicht gemacht hat aber es kann er weniger sein weil er von augens wer ist sehr getötet hat also du bist für mich fix so als ich würde ich jetzt direkt worten wenn ich ich wäre problem ist halt ist 50 50 so okay das werk gewinn hast du gewartet weiß ich gar nicht mehr aber ich habe jetzt rot gewählt weil ich hoffe ich habe das zwerge blau gewählt hat das war für mein gehirn auf geht das war für mein gehirn so unwichtig war es hat egal sind es hat mein gehirn nicht mehr nein es hat es sind mir wird mir was raus und war erst ob ihr wirklich richtig steht seht ihr wenn das licht angeht ich habe blumen zu gießen wo stehen die da so rum bin der gärtner und wer war jetzt im poster als blau scheinbar das ist ein bisschen nicht weg gewendet ja ja sehr schön es ist ein winter früh morgens dr Untertitelung des ZDF, 2020